Ungefähr ein Drittel unserer gesamten Lebenszeit verbringen wir im Schlaf. Diese Zeit ist aber keineswegs verschwendet, sondern enorm wichtig, sowohl für unser Energielevel am Tag, als auch für unsere langfristige Gesundheit. Denn auch wenn wir davon nichts mitbekommen, erbringt unser Körper im Schlaf Höchstleistung. So laufen vielschichtige körperliche Regenerationsprozesse nur in der Nachtruhe ab. Aber nicht nur für die körperliche, sondern auch für die geistige Erholung ist der Schlaf essentiell. Sämtliche Eindrücke und Informationsreize, mit denen unser Gehirn im Wachzustand überflutet wurde, werden in der Nacht verarbeitet. Dementsprechend kann mangelnder oder schlechter Schlaf über einen längeren Zeitraum große gesundheitliche Folgen haben. Leider tragen nicht zuletzt unsere heutigen Lebensumstände wie ein erhöhtes Stresslevel im Alltag, unregelmäßige Schlafenszeiten oder den Medienkonsum im Bett dazu bei, dass Schlafstörungen immer häufiger werden. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir bewusst Maßnahmen der Schlafoptimierung ergreifen. Daraus hat sich mit der sogenannten Schlafhygiene sogar ein neues Feld der Wissenschaft entwickelt. Zu einem gesunden und erholsamen Schlaf gehört natürlich auch der Prozess des Einschlafens und des Aufwachens. Eine Maßnahme, die dabei unterstützen kann, ist die Anschaffung eines Tageslichtweckers. So ein Lichtwecker kann nämlich dafür sorgen, dass du morgens besser wach wirst und leichter aus dem Bett kommst. Deshalb möchte ich heute darüber sprechen, wie ein Tageslichtwecker genau funktioniert und wie er zu einem deutlich angenehmeren Aufwacherlebnis führen kann. Die meisten Menschen lassen sich wahrscheinlich ungefähr so am Morgen wecken. Das Smartphone oder ein herkömmlicher Wecker reißt uns also brutal unter Ausschüttung von Stresshormonen aus dem Schlaf. Dabei bekommt unser Körper gar nicht die Chance, sich hormonell auf das Aufwachen einzustellen. Der schrille Weckerklingel ist nicht nur nervig, sondern verleitet auch dazu, mehrfach die Schlummertaste zu drücken, weil wir eigentlich noch gar nicht richtig wach sind. Die Schlummertaste ist nicht so gefährlich, wie sie häufig dargestellt wird, weil es am Morgen in der Regel keinen Tiefschlaf mehr gibt, in den wir zurückfallen könnten. Die Weckschwelle ist ohnehin relativ niedrig. Wir sollten die Schlummertaste trotzdem vermeiden. Erstens, weil es auf psychischer Ebene suboptimal ist, direkt mit einer Prokrastination in den Tag zu starten, indem wir das Aufstehen immer weiter aufschieben. Man sagt schließlich nicht umsonst, dass die Art und Weise, wie wir unseren Tag beginnen, darüber entscheidet, wie der Rest des Tages verläuft. Das ist auch der Grund, warum viele erfolgreiche Menschen eine feste Morgenroutine haben und die ersten Stunden des Tages strikt durchplanen. Aber auch unabhängig davon bringen die paar Minuten zusätzlicher Schlaf nicht das Plus an Erholung, das man sich erhofft, weil es sich um unruhigen Schlaf von geringer Qualität handelt. Befürworter der Schlummertaste argumentieren damit, dass sie nicht den fehlenden Schlaf kompensieren, sondern die Aufwachphase verlängern sollen. Das tut sie aber nicht wirklich, weil wir trotzdem abrupt aus dem Schlaf gerissen werden. Nur eben sogar mehrfach. Eine wirkliche Verlängerung der Aufwachphase erreichen wir nur mit einem Tageslichtwecker. Darauf gehe ich aber gleich noch genauer ein. An der Stelle stellt sich natürlich die Frage nach einer besseren Alternative. Um diese zu finden, müssen wir uns anschauen, wie wir wach geworden sind, bevor es Wecker gab. Innerhalb eines Tages verändern sich für Lebewesen wichtige Umweltbedingungen, wie die Menge an Licht, die Temperatur, die Verfügbarkeit von Nahrung und die Bedrohung durch Fressfeinde. Für viele Lebewesen ist es daher überlebenswichtig, ihr Verhalten und ihren Stoffwechsel an die sich rhythmisch ändernden Umweltbedingungen anzupassen. Infolgedessen haben viele Tierarten sogenannte zirkadiane Rhythmen entwickelt, um sich zeitlich zu organisieren. Der wichtigste zirkadiane Rhythmus ist der Schlaf-Wach-Rhythmus. Da Tiere natürlich keine Uhr lesen können, müssen sie ihre innere Uhr an äußeren Einflüssen, sogenannten Zeitgebern wie dem Sonnenlicht, ausrichten. Auch wenn wir Menschen heutzutage jederzeit die Uhr lesen können, sieht es bei uns ähnlich aus. Entwicklungsgeschichtlich gesehen lief der Mensch nämlich die meiste Zeit seiner Existenz unbehaust draußen herum. Erst seit vergleichsweise kurzer Zeit halten wir uns in geschlossenen Räumen auf und sind durch elektrisches Licht, Heizung und Supermärkte weitgehend unabhängig von den Umweltbedingungen. Deshalb ist unser Schlaf-Wach-Rhythmus auch immer noch auf äußere Faktoren als Zeitgeber, wie das Sonnenlicht, ausgerichtet. Natürlich entscheidet nicht nur unsere innere Uhr, sondern auch der Erschöpfungsgrad über unser Schlafbedürfnis. Vor diesem Hintergrund hat man das Zwei-Prozess-Modell der Schlafregulation entwickelt. Demzufolge wird unser Schlafbedürfnis durch das Zusammenspiel des homöostatischen und des rhythmischen Faktors bestimmt. Der homöostatische Faktor gibt den Schlafbedarf an. Er baut sich als Maß für die Erschöpfung während der Wachzeit auf und während des Schlafes schnell wieder ab. Der rhythmische Faktor gibt auf der anderen Seite unsere Wachsamkeit an und wird durch die innere Uhr gesteuert. Der wiederum der Wechsel von Tag zu Nacht, also von hell zu dunkel zugrunde liegt. Der tatsächliche Schlafdrück bzw. die Müdigkeit ergibt sich aus der Wechselwirkung dieser beiden Faktoren und entspricht in der Abbildung dem Abstand zwischen beiden Kurven. Wenn sich der homöostatische Faktor lange genug aufgebaut hat und der rhythmische Faktor gleichzeitig auf Schlaf eingestellt ist, ist der Druck so groß, dass wir einschlafen. Wenn es dann aber zu einem Schlafentzug kommt, steigt der homöostatische Faktor weiter an, während der zirkadiane Faktor unabhängig vom Schlaf bzw. Wachzustand schwingt. Der zirkadiane Rhythmus hat also einen maßgeblichen Einfluss auf unseren Schlaf. Die zentrale Steuereinheit für unsere innere Uhr und unseren Schlaf-Wachrhythmus ist der sogenannte suprachiasmatische Kern im Hypothalamus unseres Gehirns. Dabei handelt es sich um eine Ansammlung von ca. 20.000 eng verknüpften Neuronen, die mit diversen anderen Gehirnregionen verschaltet ist. Die Funktion des suprachiasmatischen Kerns wird über das Erkennen von hell und dunkel gesteuert. Zu diesem Zweck befinden sich in unserer Netzhaut lichtempfindliche Zellen, welche die Umgebungshelligkeit wahrnehmen, die sogenannten photosensitiven Ganglienzellen. Diese Zellen nehmen Lichtinformationen über das lichtempfindliche Pigment Melanopsin wahr und leiten diese über den retinohypothalamischen Trakt an den suprachiasmatischen Kern weiter. Die Lichtinformationen werden auch gesammelt, wenn unsere Augen geschlossen sind. Das merkt man daran, dass wir auch mit geschlossenen Augen feststellen können, ob es gerade dunkel oder hell im Raum ist. Anhand dieser Lichtinformationen steuert der suprachiasmatische Kern über weitere Strukturen unter anderem die Bildung des Schlafhormons Melatonin in der Zirbeldrüse des Gehirns. Bei Dunkelheit, wenn also kaum noch Licht auf die Netzhaut trifft, wird 4 Melatonin ausgeschüttet. Dem Körper wird auf chemische Art signalisiert, dass jetzt Nacht ist. Dann entfaltet das Melatonin seine schlaffördernde Wirkung. Es macht uns müde und stellt den Körper auf das Schlafen ein, indem es unter anderem die Körpertemperatur leicht reduziert und den Blutdruck senkt. Tagsüber hingegen wird die Melatoninproduktion durch das Tageslicht gehemmt. Somit sind die unterschiedlichen Lichtverhältnisse von Tag und Nacht maßgeblich für unseren Schlaf. Beim Einschlafen tritt also optimalerweise stufenweise immer weniger Licht auf die Netzhaut des Auges, damit der Körper Melatonin bilden kann. Beim Aufwachen trifft im Optimalfall stufenweise immer mehr Licht auf die Netzhaut des Auges, damit das Melatonin langsam wieder abgebaut werden kann und wir von alleine wach werden. Analog zu einem Sonnenaufgang. Es wäre also am besten, jeden Tag ohne Wecker mit dem Sonnenaufgang aufzuwachen. Dass das nicht immer möglich ist, ist klar. Wir haben schließlich durch Schule, Uni oder Beruf feste Zeiten, zu denen wir aufstehen müssen und können uns nicht nach dem Sonnenaufgang richten. Genau hier setzt ein Tageslichtwecker an. Ein Tageslichtwecker ahmt einen Sonnenaufgang nach, indem das Licht vor der eigentlichen Weckzeit, über einen Zeitraum von zum Beispiel einer halben Stunde, stufenweise heller wird. Somit kann sich der Körper auf das Aufwachen vorbereiten, sodass wir schon vor der eigentlichen Weckzeit nur durch das Licht wach werden und ein sanftes und natürliches Aufwacherlebnis haben. Falls das Licht als Wecker nicht ausreicht, kommt es zu der eingestellten Weckzeit trotzdem zum Klängeln, sodass wir auf jeden Fall wach werden. Aber auch dann besteht der Vorteil, dass das Licht schon für eine gewisse Zeit auf den Körper gewirkt hat. Dazu kommt, dass das Licht von Tageslichtweckern in der Regel aufeinander folgende Farbstufen hat, die einem Sonnenaufgang sehr nahe kommen. Auch beim Einschlafen kann uns ein Tageslichtwecker unterstützen, indem er einen Sonnenuntergang nachahmt. So lässt sich beispielsweise einstellen, dass das Licht zu Beginn hell ist und über einen Zeitraum von zum Beispiel einer halben Stunde immer dunkler wird. In diesem Zeitraum können wir wunderbar ein Abendritual unterbringen, indem wir zum Beispiel meditieren oder ein paar Seiten aus einem Buch lesen. Und sobald das Licht ganz ausgegangen ist, können wir einschlafen. An der Stelle möchte ich aber nochmal eventuell falsche Hoffnungen beseitigen. Ein Tageslichtwecker sorgt nicht dafür, dass du morgens nie wieder müde bist. Es geht darum, leichter wach zu werden bzw. besser aus dem Bett zu kommen und abends leichter einzuschlafen. Ich kann nur sagen, dass es für mich persönlich funktioniert. Für mich ist das Aufwachen mit einem Tageslichtwecker wesentlich angenehmer und entspannter. Wenn du das Ganze ebenfalls ausprobieren möchtest, dann schau gerne mal in die Videobeschreibung. Da verlinke ich dir den Tageslichtwecker, den ich benutze und mit dem ich super zufrieden bin. Lass dich davon aber nicht abschrecken. Der Wecker ist nämlich etwas teurer, weil er einige Zusatzfunktionen hat, die man aber nicht unbedingt benötigt. Es gibt auch deutlich günstigere Lichtwecker, die ihren Zweck ebenfalls gut erfüllen. So einen günstigeren Wecker verlinke ich dir ebenfalls in der Videobeschreibung. Ich hoffe, du konntest heute wieder einiges für dich mitnehmen. Wenn das der Fall ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal, wenn du mehr zum Thema ganzheitliche Gesundheitsförderung erfahren möchtest. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!